Willkommen zu einer weiteren Folge Team Fortress, heute wieder als, äh, heute wieder, heute mal als, ähm, Sniper, da packen wir uns aber jetzt erstmal die Bratpfanne drauf, damit wir alles hier schön haben, und, äh, ist immer noch die gleiche Runde wie, äh, wie gestern als Medic, nur heute halt mal als Sniper, ähm, ich muss sagen, als Sniper hab ich die meisten Kills bis jetzt gerissen, aber momentan bin ich nicht mehr so gut da drin, weil das Snipen hier ist schon, ähm, bin eher das Slideman Battlefield, oder sowas gewöhnt, dass das hier ganz anders ist. Da hinten ist einer, BAM! Headshot! Ähm, nope, 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 nein, 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 oh, da ist wirklich nicht geknapp. Ah, da war Okay, dann nehme ich mir am besten jetzt doch nicht Den gemütlichen Camper mit, sondern das SMG Weil nur die Sniper zu haben ist ein bisschen dumm Ähm So, dann kann ich nämlich Hier hoch jetzt ein bisschen gehen und snipen Jetzt haben wir hier so die Sniper Position Ähm Ist da oben einer? Nope Da unten, jo, nein, den habe ich nicht gekriegt Nein Reflecte den, deflecte den doch nicht Hä? WTF, der ist da hinten in der Luft hängen geblieben Da drüben ist einer Bäm Weggesniped Äh, da unten Nein, nicht ganz getroffen Ich muss sagen, ich finde es auch gut, dass bei Team Fortress die Hitboxen Ein wenig größer sind Ähm Als bei gewissen anderen Spielen Äh Nein Ähm Da ist noch ein Gegner Nein Ähm Kommt der hoch? Nope Ähm Komm, Gegner, wo seid ihr? Äh, das Server wird wieder voller, aber Ich sehe trotzdem keine Gegner Vielleicht einfach, weil wir zu gut sind Komm, komm Bäm Ah, schade Da hat er mich weggesteppt Ach, der Scout heute mal als, ähm, Spy Achja, für alle, die Scouter nicht kennen Ich will noch seinen Channel gehen Ähm Da habe ich den Spy wieder getötet Ähm Scout ist ein sehr toller Typ Macht viel gute Videos Mittlerweile auch Heelive-Videos Und denkt dran Und denkt dran Wie immer Schaut, schaut immer bei, äh Schaut immer bei Crepix Music vorbei Auch wenn gerade keine Musik von ihm dabei ist, aber Immer bei ihm vorbeischauen Ne? Versteht schon Äh, jetzt macht es mir ja ein bisschen zu schaffen, dass hier der Spy ist Muss ich ehrlich sagen Äh, wo bist denn du? Ähm Nope, 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 nope Okay Nein, 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 Buzzer, Buzzer Hä? Wie, wie, wie schwebt der denn die ganze Zeit vor mir in der Luft? Will der mich verarschen? Oder sowas Ich mag die Bratpfanne mega gerne Äh, uh, Sniper Warum macht er mir denn jetzt nach? Ähm. Ähm, komm. Ähm. Bäm! 450er. Nein! Das gibt's doch nicht, dass ich den nicht weggekriegt habe. So, der müsste jetzt... Der Sniper kommt gleich wieder dahin. Und hier kommt gleich auch wieder ein... Nein. Ich wusste doch einfach. Ja, das war so verdammt klar. Der ist jetzt wahrscheinlich hier runtergegangen, schütze ich jetzt hier in seine Base. Ähm. Ah, da war er, da war er, da war er. Da war er doch. Da ist er, da ist er, da ist er. Nee, doch nicht. Ich hab jetzt gerade so ein bisschen Angst. Ähm. Nee, da vorne ist aber wieder jemand. Wie wir jetzt einfach alle Sniper nur hier drin sind? Bäm! Nein! Nein! Ah, dieser Spy da oben. Der, der hat schon... Der ist gut. Ja, ja. Ähm. Das ist, ist halt so ein... So ein Mensch, der denkt sich... Ha, ja, drulululul. Erstmal schön gucken. Bäm, den hab ich weggemacht. Nope. Was? Wie hat der mich denn da noch gekriegt, dieser Bastard? Leute, tut mir leid, sowas sagt man nicht. Ähm. Ich bräuchte mal, äh, eine andere Waffe hier. Weil die ist relativ langsam. Bist du ein Gegner? Und do the vein. Bäm. Boah, stimmt. Ah! Kolonor! Dieser dumme Dreckstyp. Wartet mal kurz. Ich, ich muss kurz mal wechseln. Ich räum da oben mal kurz auf. Ähm. Ich werd den jetzt einfach mal kurz töten. Mehrmals. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Wo bist du, du dummer kleiner Spy? Wo bist du? Hä? 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 Wo bist du? Wo bist du? Wo, 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 wo? Wo bist du? Da bist du. Bäm. Tod bist du. Ähm. Ähm. Ach, verdammt. Ich muss jetzt eh erstmal sterben, bevor ich wieder Spy, Scout, Sniper sein kann. Deswegen hier runter. Sneeper. So. Das Problem ist, der wird da oben jetzt wieder sein. Weil Spy sind einfach die selestigsten Ungeziefer der Welt. Noch ein Schuss getroffen. Nope. Schönes. Wir sind zwei hier oben. Das heißt, dass die auf mich schießen, ist nochmal geringer das Risiko. Da hab ich wieder einen. Nope. Nope, 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 nope. Diesmal nicht, Colinor. Diesmal nicht. Ähm. Da oben war gerade wieder einer. Da unten ist gerade einer. Aber ich guck eher. Nein. Eine Sekunde zu früh. Ähm. Wo stünden die Gegner hin? Da hinten ist einer. Bäm. Ich liebe es, wenn ich critte. Bäm. Nächster Crit. Bäm. Nächster gekillt. Da hinten kommt. Äh. Wieder einen angehittet. Ähm. Mich in mein Auge juckt gerade. Deswegen kann es gerade nicht gehen. Ähm. Da kommt. Da. Ein von den Spies weggekillt. Nein! Da einmal getroffen. Was man einmal trifft, trifft man auch noch mal ein zweites Mal. Komm. Geh weiter. Geh weiter. Ach. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn gehört. Aber ich wurde vom Sniper Schuss getötet. Nice. Das war dumm von mir. Ähm. Ich werd diese Runde noch zu Ende spielen. Es wird nicht mehr lange dauern. Vielleicht zwei Minuten allerhöchsten. Ah ne. Eine. So wie es gerade aussieht. Ähm. Hä? Nein. Nein. Hier ist ein Spy. Hier ist ein Spy. Nein. 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 Das Risiko geh ich nicht ein. Ganz ehrlich. Äh. Da war gerade auf jeden Fall einen. Ich hab ihn gesehen. Deswegen. Not for me, bro. Ja. Jetzt geht er wieder runter. Ähm. Eine Eimer nur. Da oben ist wieder einer. Hundertfünfzehn. Bäm. Bäm. Hab ich ihn getötet. Hab ich ihn einfach weggenatzt. Oh. Da bin ich gerade ausgerutscht. Einmal. Ah. Da hat er einen Huntsman. Ich mag den Huntsman nicht so wirklich. Na. Hä? What? Bäm. Meine Reaktion sitzt halt eigentlich manchmal ganz gut. Ähm. Aber wenn das halt dann nicht zählt. Dann kann ich dafür auch nichts. Bäm. Zum Beispiel da. Wieder ein Headdy. Äh. 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 Ist er hier irgendwo? Nope. Bäm. 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 Nochmal das Leben Ding gerettet. Ah. Da hat er einen Sidney Sleeper mich weggenatzt. Na. Scheiße. Aber ich werde besser. Aber ich werde besser. Ähm. Wie gesagt. Sniper habe ich bis jetzt meine beste Runde hingelegt. Mit 46 Kills oder sowas. Äh. Ohne zu sterben halt. Aber das werde ich nicht nochmal hinbekommen. Das war einfach mega anstrengend. Nein. Nein. Nope. Hey. Und ich habe. Ah. Hier ist doch irgendwo wieder ein Spy. Äh. Den dominiere ich schon mal. Äh. Ähm. Wo ist denn da ein Gegner? Bäm. Ist immer so lustig wie ich dann immer so wegziehe. Äh. Scouter spielt den Scout. Das hört mir gerade erst auf. Dass das relativ lustig ist. Nein. Zu früh. Ja. Nice. Nice one. Bäm. Habe ich den noch gekriegt. Ja. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wie ich jetzt Sniper gespielt habe. Ähm. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt. Let's train Team Fortress. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.